Super kitschig, aber süß. Pietro Lombardi liebt seine Laura über alles. Genau deshalb wagt er eine Liebeserklärung an sie auf Insta. Pietro Lombardi schwärmt von Laura. Das Leben von Pietro Lombardi und Laura Maria Rüper wurde spätestens nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes Leano ganz schön auf den Kopf gestellt. Jetzt widmete Pietro seiner Laura einen zuckersüßen Instagram-Post samt Liebeserklärung. Hier erfahrt ihr mehr. So eine Powerfrau, Pietro Lombardi und Laura Maria Rüper sind in Love. Die beiden sind seit Anfang des Jahres eine eigene kleine Familie. Laura hat nämlich den gemeinsamen Sohn Leano Romeo zur Welt gebracht. Obwohl der Start für Pietro und Laura durch eine On-Off-Phase etwas holprig war, lieben sich die beiden aktuell wohl mehr denn je. Auf Instagram zeigen sie sich das auch regelmäßig, so wie jetzt auch auf Pietros Instagram-Account. Ihr Zuliebe teilte er einen Clip seiner Verlobten. Vom Moment der Schwangerschaftsverkündung über die Verlobung bis hin zur Geburt des kleinen Sohnes, sind die Momente mit emotionaler Musik untermalt. Dazu schreibt der Sänger, ich bin einfach nur stolz, so eine Powerfrau an meiner Seite zu haben. Auch wenn es nicht immer leicht ist, zeigst du mir jeden Tag, wie stark du bist. Dankbar. Für Laura kam der Post offenbar überraschend. Sie kommentiert unter das Reel. Oh haha. Damit hab ich gar nicht gerechnet. Ich liebe dich. Pietro Lombardi. Deshalb wird seine Laura reicher als er. Pietro Lombardi und Laura Maria Rüper haben ihre Finanzen im Griff. Das liegt vor allem an der Influencerin selbst.